Das Grenzdurchgangslager Friedland. Hier kommen Asylbewerber an, suchen Schutz. Nach Recherchen von NDR und Süddeutscher Zeitung hat die sogenannte Hauptstelle für Befragungswesen auf dem Gelände ein eigenes Büro. Hier, wie in anderen Erstanlaufstellen in Deutschland, soll sie Asylbewerber befragen. Das Ziel, Informationen über mutmaßliche Terroristen. Sie haben mich über alle möglichen Führer der Al-Shabaab befragt und ich habe ihnen alles gesagt, was ich wusste. Die Hauptstelle für Befragungswesen ist offiziell dem Bundeskanzleramt untergeordnet. Sie arbeitet mit dem BND zusammen. Ist ein befragter Asylbewerber besonders hilfreich, wird sein Asylverfahren vorrangig behandelt. Wenn die Hauptstelle für Befragungswesen ein ernsthaftes Interesse hat, dann bietet sie den Anwalt, sich aus dem Verfahren zurückzuziehen. Und das ist auch immer das Zeichen, dass dann sehr schnell ein Reiseausweis für Flüchtlinge ausgestellt wird und gegebenenfalls die Familie nachkommen kann. Der BND soll die gesammelten Informationen an US-Behörden weiterleiten. Sie sollen Aufschluss geben über mögliche Ziele für Drohnenangriffe der Amerikaner in Afrika, so die Rechercheergebnisse. Jede Information, jedes Puzzleteil hilft beim sogenannten Targeting, bei der Zielerfassung. Hier gibt es den Verdacht, dass deutsche Behörden, möglicherweise sogar Teile der deutschen Regierung, in schwer strafbare Handlungen verwickelt sind. Weil diese Kill-Aktionen durch Drohnen, das sind meiner Auffassung nach illegale Hinrichtungen. Die Bundesregierung will sich zu der Arbeit der Hauptstelle für Befragungswesen nicht äußern. Die geheimdienstliche Arbeit soll nicht gefährdet werden. Die Inf Keller einfach nur auf Leitplatz gehen und sie Anti-Aktionen zu verütfen. Vielen Dank.